Gott, ey, da hat man zu überlegen. Ich glaube, der Berg war das. Direkt hier vorne. Da kannst du dich draufstellen. Also da war zumindest schon mal ein interesses Thema. Muss dich halt richtig hinstellen, sonst... Stimmt, wo du dir ziehst, eigentlich. Ja. Und Bjarne, wir fahren sehr weit außen. Das ist wirklich eigentlich knapp am äußersten Punkt. Okay. Ja. Ja, nee, wir fahren hier außen entlang. Müssten wir eigentlich recht gut durch zu C kommen. Sind wir übrigens schon mal angefahren, bis heute. Ich weiß. Doch, die Entscheidungen sind schwer. Hm? Ich weiß, in welchen ich wohne soll. Woher dir einfach alles. Ein, der eine... Glaub, sagt nicht, wie wollen wir, ne? Der hat's Komfort-Song. Die Komfort-Limit von 5 Grad. Ja. Extreme-Limit. Ja. Da habe ich aber auch noch einen. Äh... Komfort-Limit... Warte, was? Defense 1 Komfort-Limit von 4 Grad. Nicht sein, das ist deutlich dicker. Auf jeden Fall auch wieder so... ...minus 10 Grad. Auf das Ding, was gerade vor mir fährt, freue ich mich schon. Das kostet... Ja gut, die Defense 4 kostet 219 Euro. Ja. Man weiß ja, woraus du sparen kannst. Wir haben jetzt einen Datum, den 팀 0194. Wir haben jetzt eine sauernde Pieces X1. Ich denke, es soll mich fortarmen. Oh, da fällt jemand Meiner! Du Wichser! Ich steck den Kopf gleich in den Mixer. Ah ja, das will ich nicht sehen. Nicht? Nee. Warte. Das könnte böse sein. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Verbündete Truppen auf ein Gebiet eingenommen. Dank Breitirunikoni Storchen. Wetter vor, auf Ballastung. Auf dem Tank, aber der ist ausgebrannt. Ah ja, alles in Flammen. Wie konnte das passieren, dass der ausbrennt da hinten? Ich hatte da nicht meine Finger im Spiel, glaube ich. Hm? Ich hatte da meine Finger aber nicht im Spiel, aber da ist noch einer. Der Feind siegt. Der fährt nur jetzt nicht vor, der Penner. Stück. Dankeschön. Augen auf die Karte. Kommt schon, der Onkel hat Gift. Traut sich da keiner mehr hochzufahren, oder was? Das ist aber traurig. Hm. Die vertrauen mir nicht die Drecksäcke, ne? Tschüss. Ja, die nächsten zwei, dass sie durchfahren. Ehrlich. Ja, wir fahren bis dahin davor. So in Richtung C. Und ich zieh ihn einnehmen? Ja, deswegen ja. Aber der hoffentlich. Das ist mir doch einer hier durchgeschlüpft, der. Daddy? Na, der andere XM1 wird sich grad auch noch ziehen. Da muss man leider schnell fahren. Gas, Gas, Gas. Ja, ich krieg auch noch ein paar Punkte ab, oder? Nein, natürlich nicht. Boah. Boah. Siehst du da was? Nö, das kommt in der Fall, es explodiert. Das war das falsche Thermal. Ein Harrier. In der Stadt scheint die Party abzugehen. Ich weiß nicht, ob mich haben sie grad weggesprengreise. Das haben die irgendwie... Irgendeiner hat's persönlich genommen, dass ich ihn runtergeholt hab. Ja. Wir haben die Initiative! Lassi, worauf achtest du? Auf das fucking Flugzeug da! Da haben wir zwei Flugzeuge da hin, ne? Ja, eins hängt hier hinten bei uns ab. Es kommt zurück! Ich hab ein Geschenk für dich, oder? Dauer nicht für dich, schade. End, ja klappt! Los, H! Ja, alles was brennt, ist meistens schon tot. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Gutes, euch macht einen neuen Anlauf auf euch, ne? Schön! Hm! Ich versuch mal, ich kam ihn jetzt hier einfach mit ihm durch. Ich weiß, dass ich hier gleich irgendwo weg platze, kann ja nicht passieren. Ja. Ja. Ich glaube, dieses Flugzeug ist immer ein bisschen Deckung. Ja, ein bisschen. Hm. So viele Levenauer sind wir auch wieder nicht mehr. Kannst ja gerne hierbleiben. Ich hab eine lustige Idee. Nein, die Flakke geht nicht da rein. Doch, die kriegt man da rein. Du Wichser! Ja. Hätt's mal schneller schießen müssen. Ich hab die gar nicht erst gesehen. Uff. Boah, noch ein Deck. Ich hab das zu. Noch ein klein bisschen mehr! Und der Sieg gehört uns! Augen auf die Karte! Das ist jetzt gerade eine schwierige Entscheidung. Hm? Mhm. Da hab ich mir den Liefen 1 gestellt. Hat im Endeffekt genau die gleichen Werte wie der Totenstraße. Okay. Alter, wieso ist denn bitte schon jetzt die A4 abgeschmiert? Alter, der Herr, der kann aber auch schon. Das ist doch jetzt so. Und der Liefen 4 ist mehr Winter. Geht aber auch für den Sommer. Ja. Was hast du denn vorhin? Äh. Kann ich dir gleich sagen. Moment schon. Gibt's erstmal Wasser. Aber was kostet denn die G5 4? Augenleistungsunterstärkste. Ich kann dir sagen, wieviel meiner kostet. Wie? Komfortlimit ist minus 15 Grad. Nicht im Block. Okay. Ja gut, da denkt man es auch zwar von 40 Euro. Ja. 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 Ja.